Du möchtest mit beiden Beinen fest in deiner Lebensfreude und Lebenskraft stehen. Du möchtest mit deiner inneren Weisheit dem Leben antworten und nicht mit deinem Reptilienhirn. Dann bist du nicht nur in diesem neuen Podcast von Echt Jetzt Richtig, sondern auch kommendes Wochenende beim gratis 48-Stunden-Präsenz-Upgrade. In beidem geht es nämlich ums Gleiche, um das Jetzt, um das Zentrum in dir, aus dem heraus dein ganzes Leben ganz von selbst geschieht, wenn du es lässt und wenn du dir dessen wieder bewusst wirst und dessen, wie du das nutzen kannst. Und du bist wirklich herzlich eingeladen zu diesem Gratis-Workshop am Wochenende, 12. bis 14. Mai. Anmeldung wie immer unter wirklichsein.com Termine oder schreib mir einfach eine Mail unter info at wirklichsein.com und wenn du eine etwas meditativere und kontemplativere Einladung und Einstimmung auf diesen Podcast und auf das Wochenende möchtest, dann schau dir mal gleich das nächste Video an, das ich hier veröffentlichen werde auf YouTube. Und so oder so, wir sehen uns am Freitag 19.30 Uhr auf Zoom. Der Zoom-Link wird dir nach deiner Anmeldung zugesandt. Bis dann!